servus leute und herzlich willkommen aus dem bikeparkarenklee ich bin spontan hier einfach mal her gefahren und es liegt noch ein bisschen schnee aber was noch viel schöner ist da liegen pfandflaschen ohne scheiß vier stück feinster pfand feinster elefant pfand feinster elefanten pfand und die sind noch richtig gut die beute ich ein bisschen aus und habe ich einen euro eben gerade bin ich hier schon mal hochgelatscht aber das mikro hat nicht richtig drin gesteckt und damit ist die aufnahme komplett im arsch ihr werdet aber den reit sehen auf dem flow trail hier weil da packe ich dann einfach musik rein aber ich bin so fertig hier hoch zu latschen ist nicht cool auch wenn die das vielleicht mögen aber ja man sieht sich auf jeden fall oben es ist heute reinstes wetter 22 grad oder sogar 23 fühlt sich an wie 30 wenn man hier hoch läuft hier ist mein bike und ich melde mich oben wieder feinster elefantenpfand bis später bis zum nächsten mal No, and it haunts me in my sleep and every second I'm awake I don't know if it's a fantasy No, but it feels more like a memory of someone I know Lord, ammunition, you, and we position you I always unwind when you blow me away I got this heartache like a constant bruise, ooh It's not something I can touch or something I know how to prove Always felt just like a fantasy, ooh I'm a composition of the things I want and I need Lord, ammunition, you, and we position you I always unwind when you blow me away Yo Leute, ich bin tatsächlich nochmal hochgelatscht Ich bin so im Arsch Diesmal auch mit Sound, hoffe ich Ähm, Aussicht Man ist nach zweimal hochlatschen Schon so im Arsch, als hätte man den ganzen Tag gearbeitet Das ist krank, das ist einfach nur krank Aber schön, dass das hier keine Arbeit ist Sondern ein Hobby Okay, das ist neu hier Und jetzt, äh, Problem Hier sind voll die Spurrillen Ich weiß nicht wann die das hier neu machen Müssen sie auf jeden Fall noch in zwei Wochen tun Also hier ist alles trocken soweit Aber das ist ja, also das ist wirklich krank Was das hier für ein Untergrund ist, Wahnsinn Aber ich versuch mal das geklimper auszumachen Wenn ich das hier so weiter drehe Normalerweise hat das nämlich nicht geklimpert Es klimpert immer noch Es tut mir leid Ich mach das mal kurz ab Das ist blöd Das ist blöd Keine Ahnung, ich mach's wieder drauf Vielleicht hört's jetzt auf Wenn nicht, dann nicht Und das ist auch egal Weiter klimpern lassen Junge, dieser Dieser Untergrund Wir sind hier aber lang gepflügt, Alter Junge, Junge, Junge Junge Diese ganzen Diese ganze Stecker Uh, ich bin Gange nicht mehr gefahren Ein bisschen mehr Speed wär gut gewesen Aber Ich riskier heut nichts Ich guck mal, dass man hier genug Geschwindigkeit mitbekommt Aber Der Untergrund ist einfach so scheiße Irgendwie werde ich da schon aufkrieg Ich will nochmal reinkriegen Okay Läuft Ja Hier liegen so viele lose Steine, Mann Wann wollen die das denn alles weg machen Ich versteh's nicht Na ja Ja Leute Das war's von meinem spontanen Ausflug Nach Harnklee Ich hoffe es hat euch gefallen Jetzt bin ich aber auch fertig Nächsten Monat fahren wir auch nach Harnklee Könnt ihr ja auch mitkommen War ziemlich nice Was das hier ist? Eine Jugendherberge? Sieht so aus Na ja, wie auch immer Man sieht sich dann In einem weiteren Video Und hier ist mein Leihwagen Hau rein, ciao